ein herzliches willkommen zurück zu 530s ja wir haben die dritte nacht vor uns und ich habe mich ein bisschen informiert ich bin aber auch leicht müde aber ja es wird uns wahrscheinlich umbringen aber mal sehen wie sich die nacht dann verhält wir gehen rein ich wollte eine andere maus anhängen die nicht so laut klickt aber die ist so schnell dass ich aus dem spiel getappt bin und da war es vorbei okay gucken schicker ist schon weg schicker ist da schöne sache schicker war ja hier noch schicker what the fuck ich musste zwei dinge beobachten beobachten ich dürfte ja schicker nicht links kommen sehr nämlich mies Gott ich habe die befürchtung die nacht wird mich umbringen hat für die mich jetzt angeguckt ich hoffe nicht da kommt sie also Achtung ich muss wissen dass Bonnie noch da ist ein haben sie also in 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 Alles noch gut. Alles noch im Schritt. Das ist nicht mehr gut. Komm, du. Du Hase. Du, du Hasentier, du. Das ist Hardcore, muss ich jetzt sagen. Aber ich würde jetzt mal Uhr frei machen, weil ich kann. Chica. Wo ist die jetzt hin? Sie ist unterdrücklich. Ich weiß nur nicht, ob Chica jetzt nach links kommen kann. Ich glaube aber eher, der Fuchs wird mich eher durchnehmen. Ich brauche eigentlich recht gerne zu gucken, weil Bonnie noch da ist. So lange Bonnie noch da hinten ist, dann ist das kein Problem. Aber ich weiß ja nicht, wie gut sie vorne durchspringen und ich viel zu viel Strom verbrate. Oh, super. Oh, oh. Oh Gott. Das ist nicht gut. Warum Freddy? Wo ist Freddy? Oh Gott, die Piraten-Ding. Oh Gott. Chica, jetzt beweg deinen schickigen Arsch. Ich weiß nicht, wir werden das nicht überleben. Boah. Wo ist dieser blöde Bär? Da ist Bonnie. Wir werden das nicht überleben. Chica ist immer noch da. Na, Chica. Kann man jetzt so gut kommen? Ich komme doch jetzt bestimmt Freddy. Ne. Oh Gott. Oh. Was ist dieser blöde Bär? Oh Gott. Chica ist hier. Alles gut. Oh, die bringen mich um. Okay, die Türen sind zu. Freddy ist schon überlau. Und dann sind wir tot. Bevor ich jetzt aufmache, ne? Oh Gott. Wo ist dieser blöde? Maledite Bär! Wir werden das nicht überleben, ne? Dieser blöde Bär ist nicht da. Was ist dieser blöde Bär? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist Freddy. Nein, komm nicht rein. Nein. Die Tür ist zu, Freddy. Hau ab. Ich sehe die nicht. Verfickt. Ja, die ist natürlich da, ne? Die Tür ist eh zu. Das ist... Das ist Freddy, ne? Ja. Du Scheiße. Ich muss jetzt auch passen, ne? Zu, 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 zu. Oh Gott. Das wird mir nicht überleben. Oh Gott. Geh weg. Bonnie, geh weg. Es ist zu. Geh weg, Freddy. Wir werden das nicht überleben. Das kommt er. Spiel gleich seine Musik. Hallo, Freddy. Wie geht's? Bringst du es da um? Ja. Ich bin... Ja. ja wir haben es nicht geschafft ich habe nicht auf meine porge gut sie haben ich mich jetzt zugekämpft das war das und wenn freige vor der türe ist im ist zu machen das ist der in eurer in eurem raum drin und ihr könnt einfach nichts dagegen tun der kündigt sich nämlich nicht an wenn der vor der tür ist der geht einfach rein und wenn er vor der tür ist dann müsste zu machen der ist auch noch da ist auch freddie der ist natürlich auch noch da okay einer zischt schon mal in die abgründe ist nämlich schicker und schicker bewegt sich sehr schnell ich muss gucken wie man freddie daneben auf der bühne lässt das ist das problem der 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 wenn der der man aufsteht dann ist man am ort und schicker kommt wirklich nur rechts eigentlich braucht man gar keine links keine gedanken zu machen eigentlich das ist jetzt mal drauf angucken wird jetzt foxy ja gottes namen lässt aber auch nicht locker schicker ich war doch schicker Die Schicki, die kommt mir, ne? Alles gut, alles gut. Das Problem wird später Freddy sein, weil Freddy ist ein kleiner Sack. Wenn der mal von der Bühne weg ist, dann ist man in euch. Wo ist die jetzt hin? Echt ruhige Nacht gerade. Ich bereue es, dass ich es gesagt habe. Ich muss die Pirate kaufen, äh, äh, ein paar Achtung finden. Und ich darf Bonny nicht aus dem Namen, ne? Aber Bonny ist nicht da. Das ist gut. Kann ich mal ein bisschen links rumsparen. Wenn ich hier da drauf drücke, wahrscheinlich bringt das mich irgendwann noch um. Äh. Wir haben nur noch 15, da gehen wir noch nicht 3 Uhr. Ich weiß nicht, wo Schicka ist. Schicka ist hier, ne? Ja, Schicka bewegt sich hier hin. Schicka war nur gerade in der Küche und hat Essen geholt. Sie muss sich stärken, damit wir sterben. Wisst ihr? Das ist ganz normales Verhalten eines Huts. Sie muss vorher was essen, damit es fit ist. Und ich immer mal Bonny überbrüche, um was das Bonny noch da sitzt. Ach, da hat sich was geöffnet. Foxy, an dich muss ich jetzt aufpassen. Eigentlich, ähm, der Trick bei Foxy ist, wenn er sofort sieht, dass Foxy nämlich mehr da ist, raus, Tür zu, Kalm rein, gucken, dass er läuft. Oh nein. Jetzt muss ich permanent aufpassen. Schicka. Jetzt müsst ihr natürlich meine Reserven zappeln, ne? Ich sag dir ja, ich werde es bereuen, gesagt zu haben. Oh. Ich muss diesen Scheiß wie ein Auge halten. Und dieser Scheiß huckt. Ah. Boah, ey. Ihr fresst meine Reserven auf. Wisst ihr das? Und ich kann Fred nicht im Auge behalten. Und ich weiß nicht, wo der Sack ist. Hm? Am Arsch. Oh, so. Sticker. Schicki Baby. Freden, er hat sich neun. Ich weiß nicht, man hört mein Geklicke, aber ich kann nix dafür. Uch. Verdammt. Ich weiß nicht, wo das Kanickel ist, aber egal. Jo. Ich werde von Schicka bombardieren. Ich muss dir gerade ein bisschen hinhören. Ich höre Schritte. Und das wird uns wahrscheinlich umbringen. Ich sehe hier. Geschafft. Geschafft. Wir haben es geschafft. Gebt mir den Applaus, ihr Kinder. Ja, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.